Auf dich? Ja. Lass aber. Was denn? Läser. Wir rassieren, der Digga, ja. Oh ja, du warst ja aber... Egal, scheiß drauf. Ja, scheiß sogar. Wieso geht dein Internet nicht? Aber nein. Weil er auch sozial ist. Der Junge kann so alles regeln, aber kein Internet. Was kann er regeln dann? Genau. Und voila, er kriegt alles auf die Beine. Er kriegt... Wenn er was möchte, schafft er das. Aber er versuch's nicht mal. Verstehst du, bei Internetthemen? Das ist eigentlich gar nicht schon. Ja, mein Bruder macht das schon. Seben, schau, du siehst das Let's Play. Nee, du wirst rausgeschnitten aber. Okay, tu das. Lüge mich nicht. Hey, jedes Mal, wenn du... Dingslaya, wenn du sprichst oder man dich sehen kann, wirst du rektrottisch. Oh ja. Hast du viel... Denk ich das jetzt mit... Oh! Ich hab mich eh rausgeschnitten, euch jetzt wild zu machen. Rausgeschnitten, Digga. Okay, mach doch. Okay, guck mal, er wollte dich schon fast heulen. Mann darf. Siehst du, du hast immer noch hier ne Dreckwand, du hast dich schon bewusster. Was? Da, bei dir hast du ne Dreckwand. Wo? Da, da. Da, Dreck. Siehst du nicht? Wo lang? Lang an deinem Haus, hier. Das ist Dreck. Ja, 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 ich wollte ja oben noch diese Nässe abmachen, aber ich brauch noch drei Stück. Ach so. Dann hol' wir dich. Ich brauch' nässe. Ah! Vogel. Du hast doch vier Stück. So, gönn du. Nein! Nein! Gönn die nicht! Weißt du, was passiert? Ich... Ich werd die wieder abbauen. Na. Plötzlich. Ich werd die wieder abbauen. Nein! 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 Ich hab' die Nässe schockiert. Wo? Ich hab' die Nässe schockiert, wo? Ich hab' die Nässe schockiert. Der Rest geht irgendwie etwas kaputt irgendwann. Ah, wie lange hältst du denn noch an das? Du bist jetzt vorbei? Fuck. Ja, das ist schade. Das ist schade. Das ist schade, das ist schade. Das ist schade. Das ist schade, das ist schade. 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 ist er draußen in der Tat das ist wir müssen denn das ist was ist das ist da was Ja, Käse. Hallo? Wenn die schon so rischisch träumen müssen. Und Yusuf, wie gefällt dir meine Diamantrüstung? Komplett verzaubert außer Schuhe. Ja, was hast du alles? Rika, ich hab alles gelernt. Glück. Schusssicherheit 4, Feuerschutz 3, Haltbarkeit 3, Dorn 2. Hast du was verloren? Hör auf mich zu schlagen. Lahn! Hast du was verloren, sag ich? Was? Verloren? Ja, Mann, die Haltheit geht weg. So, okay, wusste ich nicht. Dann sterbe wieder, mach nicht. Warte, wie Angst bekam. Ich bin schon sechsmal gestammelt. Die Jungs sollen mir mal... Moment. Warte. Digga, warte. Was glaubst du, Junge? Er will ne Pause haben. Ja, Mann. Pause ist gut. Oh, schau. Keine Ahnung, ich brauch keine Pause. Ich auch nicht. Jo, guckst du was? Sollen wir was gemeinsam starten? Cool, oder was? Was meinst du? Schwul? Gemeinsam, gemeinsam was schön haben, sagt er. Also ein Projekt, Alter. Was denn für ein Projekt? Genau, ein gemeinsames Projekt. Ein riesiges Gebäude, eventuell. Ne. Ja, Mann, Jusuf macht's. Bestimmt alles kaputt. Du, ich? Ne, Jusuf macht nichts kaputt. Ich hab Vertrauen an Jusuf. Ne, ich mach grad mein Haus, Digga. Mach doch auch ein eigenes Haus. So ein richtig geiles. Dein ist voll so bimbo aus, ey. Äh, wer ist denn? Deins. Deins? Kommt wieder noch. Tadi wollte auch ein Haus machen, ey. Meint, nein, nein, ja. Wie bist du aufs Haus? Sie ist immer noch scheiße aus. Mit dem Scheiß machst du ja noch. Wieso sind deine Treppen mittendrin? Lass mich doch. Nicht du. Ah, okay. Red überhaupt nicht hier. Keine Ahnung, ich hab auch Treppen, wisst du. Sahle, ich hab schon nie fluchen gehört, ja? Ich fluche rum, ey. Ich hab schon nicht. Wir hätten, sobald die Kamera aus ist, so hier. Huchte, Alter. Also, Alter, mach mal heute noch was. Was denn? Der Halla. Heute? Frag dich doch, letztens hast du mich auch um 23 Uhr gefragt, ob wir hier Halla gehen. Ja. Guck mal, Digga, wie geil das aussieht. Die schweben, Mann. Du kannst sogar da drauflaufen. Wie geil ist das denn? Alter, das sehe ich zum ersten Mal. Alter, wie cool das ist, ist es, Aua! Alter, wie cool das ist, Aua! Ich hab mich nicht... Sprech, aber Mann, von mir... Da hab ich auch die dritte geschlagen. Ja, ich. Er denkt, er wäre der King, Alter. Guck mal, wie er dort steht. Yusuf, guck mal, was auf deinem Haus steht. Er denkt, er wäre der King. Hast du Pfeile, Dekka? Hast du Pfeile? Yusuf, hast du Pfeile? Ich bin schon weg. Yusuf redet gar nicht mehr. Ist er genütet? Keine Ahnung. Das tut er. Nein. 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 Lass mich in Ruhe. Nein, nein.